Hi, mein Name ist Anna, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Social Media Systems an der Technischen Hochschule hier in Mittelhessen. Also meinem fünf Jahre jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben, dass es super wichtig ist, während dem Studium einfach offen zu sein, verschiedene Jobs auszuprobieren, um dann für einen selber auch zu merken, okay, auf welche Jobs will ich mich dann überhaupt später bewerben.